Ein herzliches Hallöchen auf unserem Portal für Luxusreisen durch die Schweiz. Mein Name ist Brigitte Heller, ich bin General Manager des Reiseportals Switzerland-Highlights.com. Zudem bin ich Ihr persönlicher Tourguide für Luxusreisen der Extraklasse durch die Schweiz. Ihre Luxusreise wird einzigartig und unvergesslich sein, das verspreche ich Ihnen. Ich habe sie selbst für Sie erstellt und auch erkundet, sie ist meine Herzenssache. Unsere Luxusreisen werden Ihre höchsten Ansprüche erfüllen und einzigartige Erinnerungen schaffen, die ein Leben lang halten. Meine Luxusreisen sind persönlich und individuell auf nur 1 bis 4 Personen ausgelegt, mit Familie und Freunden bis Maximum 10 Personen. Ich führe Sie an einzigartige Destinationen und Top-Highlights in der Schweiz, aber auch an sehr spezielle Orte, Perlen, die nur Insider kennen. Sie werden in Luxushotels oder in einzigartigen, aussergewöhnlichen First Class Hotels übernachten. Zudem werden Sie persönlich mit einem sehr komfortablen Privatauto chauffiert. Oder Sie fahren im exklusiven Panorama-Klasse-Express-Zug in der 1. Klasse. Dabei werden Sie unvergessliche Erlebnisse durch Berge, Schluchten, Täler und über abenteuerliche Brücken geniessen. Während Ihrer ganzen Reise bin ich 24 Stunden für Sie da. Ich erledige alle administrativen Aufgaben und erfülle alle Ihre Wünsche. Und zuletzt noch etwas zu mir. Ich habe über 30 Jahre Erfahrung als General Manager in der Schweizer Luxushotellerie, Gastronomie und Reisebranche. Ich bin eine herzliche, vertrauenswürdige Person, habe sehr gute Umgangsformen und bin eine hervorragende Gastgeberin. Und nun freue ich mich riesig, Sie in der wunderschönen Schweiz begrüssen zu dürfen.